...während die Föhe runterscheißen. So, da hast du Flöhe. Oha. Technobase Hallöchen und danke für die 100 Bits. Vielen Dank. So ein Nickerchen gemacht. Ähm. Juhu. So, seine drei Lieblingsbälle. Hm. Ich kann ja trotzdem, kann ich das hier mitnehmen? Ne? Ne. Okay. Mal schauen, ob wir das dann finden. Hier ist unser Startpunkt. Ach, Ausdauer. Ich hasse es. Ja, das schafft nur einen, ne? Okay. Verdammt. Wir brauchen mehr Fische. Bitte. Hier sehe ich jetzt aber nichts. Nichts. Na gut. Ganz ruhig. Ja. So, jetzt gehen wir mal wieder hier rüber. Denn das ist ein neues Gebiet. Dann können wir mal schauen, was es hier so schönes gibt. Ich muss ja auch noch die Enten und so finden. Hehehe. Noch ne Quietsche hinter. Aua. Mose, danke für die 350 Bits Frechdachs. Kann man die Tiere in dem Game auch gronken? Das Thema war heute sehr oft. Hehehe. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich kann Menschen grunken. Zählt das auch? Nichts. Ich weiß es nicht. Auch hier ist. Ich kann die 4-gestürzte erro sein. Ich weiß es nicht, dass es nicht so schmerzt. So, was gibt's denn hier Schönes? Oh, okay. Geil, ich wollte es mal ausprobieren, nice. Geil, ich wollte es mal ausprobieren. Geil, ich wollte es mal ausprobieren. Ich sammle mal währenddessen auch die ganzen Sachen noch ein. Hm? Hm? Geil, ich wollte es mal ausprobieren. Ich denke, die sind zu weit auseinander. Sind ja auch zwei. Geil, ich wollte es mal ausprobieren. Geil. Ja! Oha, der ist richtig flink. Krass. Den krieg ich gar nicht. Die Drecksau. Ja, mein Schatz. Du Dreck-Sau, ich töte dich. Survival. Ah, hier kann man wieder an den Fußball reinschießen. Ach, du schon wieder. Kätzchen, du siehst aus, als würdest du gerne stylische Accessoires tragen. Das, danke, dass dir das aufgefallen ist. Ich bin eine sehr aufmerksame Krähe. Allerdings, es war schön, dich wieder zu... Thema, Themenwechsel, hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Ähm, es heißt Blinkies für Münzen. Mützen. Verkaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt doch Blinkies für Mützen. Ha, das ist das Clevere daran. Ich verkaufe keine Mützen, sondern Zugang zu Mützen. Die Mützen leben nämlich in diesen kleinen Automaten. Und dir, hilflose Katze, fehlt die geheime Weisheit, um diese Automaten zu benutzen. Lass mich raten, du weißt, wie es geht. Aber klar doch. Nur ich Krähe kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Marke einwirft und einen Knopf dreht. Das klingt jetzt aber nicht so schwer. Womit wir beim Thema wären. Mein Vorschlag lautet wie folgt. Für 10 kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, die dir eine Mütze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen? Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb einer Crowdworking-System agiert. Ich hasse alles. Eine Froschmütze. Ja, ich will die Froschmütze. Was ist das andere? Ein Igel, Maus und das andere ist ein Bär oder ein Kärn? Ja, aber nur weil Blinkies viel Zugang zu Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in die Marktforschung schlecht abgeschnitten hat. Wenn ich also 10 bezahle, bekomme ich eine Mütze. Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Generalität meiner Idee. Ich reguliere den Mützenmarkt. Also, willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, bitte. Bitte, Frosch, 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 Frosch. Igel, Igel, okay, Igel. Frosch, 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 Frosch. Ist das so eine Seerobbe? Das ist eine Robbe? Nein, weh. Jetzt kommt da wieder so ein Spruch, Alter. Ja, wie sieht es das denn? Oh, die Robbe sieht ja so süß aus. Aber immer noch keinen Frosch bekommen. Okay, Sonnein. Mach die Robbe. Oha, was passiert denn hier? Oh nein, Dark, hast du nicht jetzt... Oha! Dark, du weißt doch, dass das gelöscht wird. Mensch! Ich hab's gelesen, Alter. Das konntest du jetzt nicht nehmen, ne? Du Böser, Böser. Thorax, danke für die Vergiftung an. Mach die Robbe. Wie wär's mit nem Robben-Cosplay? Wie wär's, wenn ich dich banne? Schach und matt. Möcke hat mich angestiftet. Böse Möcke. So, was macht ihr hier? Ähm, dein Mensch scheint beschäftigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Meine Schwester Ramone ist nämlich weggeflogen. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles normal. Sie fliegt gerne draußen herum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft mit. Heute scheint es besonders sicher zu sein. Auf der Straße sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Ruhe reparieren müssen. Das erklärt, warum die Straßen so leer sind und so nass, Igitt. Aber das ist halb so wild. Ähm, das Problem ist, dass Ramone vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. What? Ist Ramone nicht dieses, äh, auch dieses Trinken? Ähm, du sagst es. Letzte Woche hat sie ein Gecko-gegen-Boss-Katze-Filmmarathon eingelegt und will seitdem gegen eine Katze kämpfen. Okay. Ich dachte, sie meinte einen Spielkampf, also habe ich vorgeschlagen, ich könnte Boss-Katze sein und sie Gecko, aber sie möchte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Äh, Moment mal, bist du keine echte Katze? In ihren Augen nicht. Ich bin nur der große Bruder, der sie gewinnen lässt, wenn wir Gecko spielen. Sie hat sich eine richtige Herausforderung gewünscht mit einer echten Katze. Ich wollte gerade nach ihr suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt. Naja, meine Schwester und meine Mensch brauchen mich, brauchen mich beide. Wie soll ich mich entscheiden? Das brauchst du nicht. Ich, äh, sehe mich sowieso in der Gegend um. Also kann ich auch nach Ramone ausschalten. Wirklich? Das wäre echt nett von dir. Kein Problem. Sag einfach, wie sie aussieht. Kennst du diese blauen Vögel, die man auf der Straße sieht? So eine ist sie, aber leuchtend gelb, sehr schnell und extrem quirlig. Äh, was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Ah, ich hab's. Der perfekte Plan. Ramone kennt dich nicht, also wird sie dich für eine echte Katze halten. Ich bin eine echte Katze. Und wenn du sie einfängst und wieder entwischen lässt, ist das, als hätte sie die echte Bosskatze besiegt. Sie wird sich so freuen. Das klingt nach eine Menge Spaß. Ramone hat eine blühende Fantasie. Du wirst dich köstlich amüsieren. Sie fliegt gerne von dem Laden die Straße entlang. Super, ich bringe Ramone nur nach Hause. Ich meine, gegen die Bosskatze hat die Gekko keine Chance. Danke, Bosskatze. Okay. Godzilla, Katze. Ich sehe eine Mütze, die ich haben will. Ganz, ganz dringend. Oder was ist das? Ach, da kann ich ein... Ich mache ein Nickerchen da drin. What the fuck? Okay. Machen wir halt da drin ein Nickerchen. Gefährliche Katzen gegen die Hitze sitzt. Lässt du? Miau! Okay. Ja, bin ich geste. Scheiße, ich mir gerade war, Bier und heiße Pizza machen echt Hitze, holy moly, ja das glaube ich, das glaube ich, ich dünste hier auch gerade, ach guck mal, da ist er doch. Oha, wie soll ich denn die kriegen? Miau! Oh nein, die Boss-KZ-Gecko den Clown gefangen, ist das das Ende unserer Heldenfigur? Oh, das ist so böse, danke ich, Miau, mohahaha, Gekku, zack, Gekku, bumm, Gekku, krach, du hast schon wieder verloren, Boss-Katze, was für ein glorreicher Sieg für Gekku, warte du, bis mein Bruder davon erfährt. Okay, ey, sag mal, was soll die Scheiße? Da gibt's ein Panda und ein Hai! Okay, ich bin beschäftigt. Hai, 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 hai. Natürlich, das Bunny, ist, ist, ist okay. Ist okay. Das nächste bestimmt ist Axolotl. Ein Panda, ja! Ich bin ein Panda. Jaaa. Den Hai will ich aber auch noch haben. Jaaa, auf so'n Drucker schlafen. Nooo, guck mal, wir werden gescannt und da ist ein Küken. Entenküken. Wanderlissen. Ähm, ist das jetzt das Bild? Oh, wie süß! Das sieht aus wie... Essen? Äh. 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 Sieh mal, ich habe einen Teich ganz für mich allein. Bist du sicher, dass das ein Teich ist? Ich bin eine Ente. Mit Teichen kennen wir uns aus. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich glaube, es wird Zeit, den Teich zu verlassen. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für die Präsentation abzuholen. Aber ich will noch im Wasser spielen. Oh, wie hältst du das so aus? Wasser? Es ist so kalt und nass. Gitt. Moment mal, heißt das, du kannst mich erst mitnehmen, wenn ich nicht mehr im Wasser bin? Juhu, ich bleibe für immer im Teich. Das hätte mir klar sein müssen. Es muss doch einen Weg geben, das Küken aus dem Wasser zu bekommen, ohne nass zu werden. Ach, du bist so doof. Du bist doof. Zockst du Day of the Tentacle auch noch? Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe es auf der Liste. Also wir können alles gerne. Fisch! Der Wind ist so stark. Heute noch gu... Nein! Heute doch nicht mehr. Das ist schon so eine coole Lösung, Kätzchen. Danke, hoffentlich bist du nicht enttäuscht darüber, wieder auf dem Trocknen zu sein. Nee, ich wurde eh schon ein kleines bisschen müde und ein großes bisschen hungrig. Gleich hat der Papa Snacks. Du kannst dir bei den Präsentationen fragen. Ich habe die Präsentation ganz vergessen. Dort kann ich allen von meinen Schwimmabenteuern erzählen. Gehen wir, Kätzchen. Aber ich will doch noch hier hinten was gucken. Das Fisch essen! Ich pisse in die Pude, ey! Ich pisse in die Pude! Du kannst ihn mal am Popo! Mein Fisch! Mein Fisch! Ah! Oh, hat die mir den geklaut? Oha! Die Drecksau... Ich denke, die gewinnt. Ah! Oha! Oha, die passt jetzt voll auf. Ich verstecke mich hier. Metal Gear. Oha! Oha, hat der richtig Bock jetzt hier. Hm. Richtig drinnen im Game. Ja. Wäre ich eine Katze, dann wäre ich genauso. Hier, ich hoffe, ich treffe dich. Aua! Das war Karma. Oh, Klopapier. Geil. Ach, du Kacke. Hier ist noch ein Teich für dich, kleine Ente. Ich glaube, die ist gerade so ein bisschen verpackt, kann das sein? Hey, ich mache doch gar nichts. Ah, die kommt hinterher! Renn! Renn, Katze, renn! Oh, scheiße, das ist ein Hund. Ah! Fuck! Die kommt hinterher! Oh, nein! Oh, nein! Ist das der Roboter? Ach, wunderbar. Der Fisch hat köstlich geschmeckt. Okay, die Automaten sehen ja cool aus, wie so ein Trinkpäckchen. Jetzt noch ein Heuschen von den Ladenlingen. Oh, wenn ich das machen dürfte, ich würde es sofort tun. Oh, geil. Hinkotzen besser, ja, ich würde das alles machen. Aua, so jetzt können wir, jetzt haben wir unser Ausdauer auf zwei. Und ich glaube, das hier ist auch schon wieder zu viel, ne? Hm? Das war's für heute. Da leuchtet was im Busch. Aha! Müllsammler. Okay, cool. Deswegen sind hier so viele Dosen. Oh, hier kann ich auch schlafen drin. Erstmal. Oh, wie geil. Oh, das sieht ja super aus. So viele Sachen, was man da machen kann. Ja, richtig heftig. Aua. Neue Mütze. Bitte was Cooles. Hm, Pilze. Ich liebe diese Pilze. Stieh den Fisch des Fischers. Oha. Diese Pilze. Ich liebe diese Pilze. Sehr gut. Was gibt es hier denn noch Schönes? Eine Ginko-Mütze. Alter, Lachs-Nigiri. Oh, jetzt hab ich schon mal Sushi. Fuck. Rett dich. Hallo, Mr. Dongo. Miau. So, jetzt muss ich aber erstmal da überhaupt hinkommen, ne? Da ist überall Wasser. Verdammt. Verdammt. Ich bin nur ein Pilz. Ich bin nur ein Pilz. Beste Tarnung ever, ey. Beste Tarnung ever, ey. Oha. So, süß ist dieses Küken, der uns hinterherkommt. Aber so einen Ball habe ich auch noch nicht gefunden, da war doch gerade noch... Ach, das bist du, okay. Ich war gerade verwirrt. So, und das ist hier. Hallo, Reno. Mein Besuch nicht gespalten will. Ja, alles gut. Das Spiel macht echt sehr viel Spaß, wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Dann gehen wir halt hier raus. Achtung, hier ist Wasser. Aber du kannst hier so viel machen, heftig. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay, wo viel... Ups. Hehehe. So, jetzt klappt's. Uh, wir können locker da nach oben. Sehr gut. Gibt's denn Schönes hier oben? Oh, der hat uns gesehen. Wir schaffen das. Wui. Ah, da ist ein Fisch. Oh mein Gott. Den werden wir uns holen. Oha! Die spritzt mich einfach mit Wasser voll. Was soll denn das? Wieso bist du so? Oha, wie gemein die ist. Ich bin ein Pilz. Lass mich. Na warte du ey, ich kack dir ins... ins Wohnzimmer ey. Was ist denn Pils? Wir sind ein Pilz, ja. Monsieur Mushroom. Wer ihm das Küken hinterherflattert, ja, das ist mega süß. Ah! Wer hat sich überlebt? So. Alter. Kann man hier auch rein? Gesundheit. So. Ich sehe schon, wo wir als nächstes pennen können. Ja! Ab in den Wäschekorb! Geil! Wie süß! Sechs von sieben haben wir schon. Wow, big city. Little kitty. I love this game. Sechs mal, äh, we see it. Ja, ich liebe das Spiel, ist echt super. Sehr cute. What? Ah! Oh nein! Dein Vater hat mich geschickt, um dich für diese Präsentation zu suchen. Aber ich muss noch ein paar Runden drehen. Ich kann nicht mittendrin aussteigen. Wie lange dauert es noch? Keine Ahnung, ich habe 400 Blinkys reingeworfen. Wie viel Zeit entspricht das? Was? Wo hat der denn 400 Blinkys her? Wo hast du so viele Blinkys her? Die Menschen werfen sie in den Teich und wünschen sich dabei etwas. Bestimmt haben sie sich gewünscht, dass ich einen tollen Tag in der Maschine habe. Aber was ist mit deinem Vater? Du kannst mich zurück zu meinem Papa bringen, sobald die Tür aufgeht. Versprochen? Versprochen. Es muss doch einen Weg geben, die Tür schon früher zu öffnen. Wie bitte? Ach, nichts. Ich rede nur mit mir selbst. Wo tut es so viele hin? Das ist die andere Frage. Kann ich mich auch hier drin drehen? Okay. Ich sehe schon. Miau. Es geht nicht, verdammt. Warte. Mit voller Wucht. Hast du mich da drin gesehen? Ich bin überall hingepurzelt. Ja, ist sie jetzt nicht schwindelig? Nein, aber ich bin ganz warm und flauschig. So müssen sich Handtücher erfüllen. Was? Jedenfalls kann ich es kaum erwarten, Papa alles über die todesverachtende trockene Maschine zu erzählen. Wollen wir denn mal zu ihm gehen? Ja, los geht's. Okay. Ich wette, du fragst dich, wie du diesen Knopf drücken kannst. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Es geht ganz leicht. Du musst einfach nur deinen Kopf benutzen. Und mit deinen Kopf benutzen meine ich... Okay. Ich bin im Spiel anscheinend sehr voraus heute. Ja, cool. Ich habe den gar nicht gesehen. Shame. So kleine Kükis. Komm mit. Ähm, da komme ich immer noch nicht hin.